Wir sind der SV Hönk. Seit fast 80 Jahren spielen wir auf dem Hönkerberg Höchüber Zürich Fussball. Wir möchten möglichst vielen Leuten die Chance bieten, ihrem Lieblingshobby auf dem Hönkerberg nachzugehen. Auf unseren beiden Plätzen spielen momentan 27 Mannschaften Fussball. Aber das steht alles auf der Kippe. Das ist unser Zuhause. Unser Garderobengebäude und unser Clubhaus, das den Mittelpunkt von unserem Vereinsleben darstellt. Dieses Gebäude wurde vor über 40 Jahren gebaut, doch in den Wänden steckt Krebsfördens Asbest. Darum wird es Zeit für einen Neubau. Die Bauzeit dauert wegen Asbest aber 16 Monate. Und während dieser Zeit müssen alle unsere Mannschaften zum Fussballspielen auf andere Sportanlagen ausweichen. Wir wollen unsere Identität als Verein nicht verlieren. Als Verein können wir aber nicht weiter existieren, wenn wir mit allen unseren 29 Teams, mit über 400 Juniorinnen und Junior und Kindern, während der ganzen Bauphase von über 16 Monaten auf verschiedenste Fussballplätze in der ganzen Stadt können verteilt werden. Das können wir unseren Mitgliedern unserem Verein nicht zumuten. Darum sind wir aktiv geworden. Wir planen, ein Containerdörfer auf eigene Kosten auf beide Stellen. So können wir provisorische Garderoben und das Clubhäufe aufbauen. Um das Projekt finanziell zu stemmen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Darum haben wir das Projekt auf I believe in you und CH gestartet. Wir wollen einen externen Betrag von uns, die Kranken sammeln. Natürlich erwarten Sie interessante Gegenleistungen. Bitte unterstützen Sie uns bei der Finanzierung und beim Wohl von unserem Club dürfen. Und beim Bewahren von unserer Tradition und zu Hause, dass wir auch weiterhin sagen können Auf dem Hünki zu Hause. Auf dem Hünki zu Hause. Aber auf dem Hünki zu Hause. 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 Auf dem Hünki